Musik Edles Geschirr, Tee, runde Tische, typisch China. Eigentlich gibt es bei uns in Deutschland eckige Tische. Musik Ohne edles Geschirr geht nichts. Manche würden sich pudelwohl fühlen. Man kann schmatzen, rülpsen und schlürfen nach Herzenslust. Wichtige Gäste bekommen das beste Essen und sitzen so nah beim Gastgeber, wie es geht. Ihr mögt Trinken? Das gibt es zu 99% nicht zum Essen und zu 50% auch nicht zum Nachtisch. Und wenn es Trinken gibt, dann nur in Porzellanschirchen. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017